Heute um kurz vor drei wurden die Ortsvorwehren Öffeln-Balkum, Merzen und Neuenkirchen zu einem Flugzeugabsturz alarmiert. Hier auf dem Feld hinter uns liegt ein abgestürztes Flugzeug. Zu den Insassen können wir weiter noch keine Angaben machen. Die Polizei hat die Unfallstelle abgesperrt. Das Luftfahrtbundesamt aus Braunschweig rückt hier an, um die Untersuchung dann aufzunehmen.